Vielen Dank! Also seit meiner Kindheit bin ich ein riesengroßer Fan von Charlie Chaplin Filmen. Was nicht viele wissen, ist, dass Charlie Chaplin eigentlich ein ziemlich guter Geiger gewesen ist. Er hat zwar falsch rumgespielt, also links herum, also da könnte ich keine Note herausbringen, aber er hat es hingekriegt und auch ein sehr, sehr guter Komponist. Und für viele seiner Filme hat er den Soundtrack geschrieben. Unter anderem für den Film Moderne Zeiten, kennt ihr sicherlich alle. Und den Soundtrack, den ich jetzt spiele, der heißt Smile und er ist geschrieben von Charlie Chaplin. Musik 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 Musik